Feuer, joo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Themenkampf mit Miri und Baloui. Ich bin Miri. Ich bin Baloui. Und wir kämpfen heute mit weißen Pokémon. Und zwar gegen Philipp und Hannes, aka Gratkopter und Meilensteine G. Ja, ich würde sagen, auf in die Schlacht. Weiße Pokémon war gar nicht so einfach, zu welchen zu finden. Ich habe aber ganz durch Zufall von Miri welche getauscht gekriegt. Und muss mir jetzt auch noch überlegen, welche ich darf mal mitnehmen. Oh, was haben die denn da drin? Ja, cheatet halt noch ein bisschen mehr, ey. Mega absoll und so. Und zweimal Arceus. Wenn du zweimal Arceus mitnimmst, ne? Ne? Haben wir nicht gesagt, Arceus ist gelb? Dann haben wir einen Zuschauer weniger, ne? Du darfst also nicht zweimal Arceus mitnehmen, hast du gehört? Miri bringt dich sonst um. Nur ein bisschen. Oh, Mann. Baloui willst du einen Proxy mit Wandlungskunst? Ich habe gehört, die sind mittlerweile in Uber, die Quaiuzus. Kannst du gar nicht mehr benutzen, hat Miri gesagt. Den darfst du nicht, du kannst ja noch benutzen. Naja. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber wenn ich jemand geschrieben hat, bestimmt. Miri tauscht in deinem Vehikel-Enschein. Nein. Miri gibt nichts her, merkst du schon, Dennis. Das habe ich auch mal von jemandem geschenkt gekriegt. Ich würde auch nicht meine Scheine wegtauschen, dafür spiele ich zu selten. Ihr könnt uns mal beide. Oh, blau und rosa. Was für eine Scheiße. Äh? Mach bitte das. Nein. Okay. Die habe ich selber. Achso. Na dann, schauen wir mal, was jetzt passiert. Stachler. Ist das gleiche wie Tarnsteine? Aber? Boah, nein. Warum ist das schneller? Warum alle Eis sind gegen mich? Weil wir wissen, dass du gefährlich bist. Also nicht mehr. Was ist das? Was ist denn Tastflug? Was ist Tastflug? Jetzt kann er nicht mal so eine Attacke. Achso. Der braucht schon Darkrai, wenn er einen... Das ist die Attacke von Darkrai, ne? Gute Nacht. Hast du es nicht verboten? Was habe ich jetzt? Jetzt kannst du Tarnsteine rausschmeißen. Okay. Gehen die nochmal doppelt? Deine Steine und meine Steine? Oder ein Graudorn mit einem roten Edelstein? Graudorn mit einem roten Edelstein habe ich selber schon. Habe ja selber Omega Rubin. Oh, warum rufst du denn das Akirus? Oh, was soll das? Denn es schläft doch nur. Ich muss angehen bei... Der Zwinger. Oh, nein. Und Tifron. Gut, dass wir auch noch genau das Pokémon genommen haben, was eh nicht eingeschäfert war. Sehr gut. Gerade kommt er. You mad, bro. Oh, you mad. Bestes Pokémon. Nochmal. Also was denn? Tarnsteine oder schlafen? Schlafen. Das ist schon fies. Umgegeben bei JB geht mega was ab. Ja, was passiert denn da? Machen die Schrott im Stream? Nein, das Akirus hat gewagt. Nein, das schnelle. Oh, nein. Das geht bestimmt gegen dich. Oh, nein. Nein, du hast keinen Fokus dort. Aber ich will immer. Gnacht. Wieso kann es das lernen? Einfach nur so? Das kann alle Attacken lernen. Oh, so nice. So nice. Was glaubst du, was das für eine Mühe war, das Vieh zu kriegen? Hast du jetzt wieder Stand-Handscheiben nochmal? Ja. Dann ist es eh. Je nachdem, ob es aufwacht oder nichts, ist es eh tot. Das ist echt fies, Miri. Das war das. Neuer Zuschauer-Rekord bei ihm und alle 3 bis 5 Sekunden spenden. Ja, das Ding durfte ich früher auch nehmen mit dem. So wie Darkrai. Das war Darkrai 2.0. Ist es denn? Aber es ist nicht eben competitive verboten, oder? Das ist nicht. Fies. Sehr fies. Hallo, Galagladi. Das ist aber... Naja. Naja, grenzwertiges Weiß, ne? Ja, schon irgendwie. Schlimmer oder Tarnstein? Was? Schlimmer oder Tarnstein? Schlimmer. Mal gucken, ob es überlebt. Oh, ein Megagladi. Ja. Schönes Pokémon. Wiedersetzen. Mit wem hast du... Na, wer möchte mitkommen? Hast du es nicht auf mich anwenden können? Oh nein, ist die tot. Ich glaube auch. Das war's. Schade. Und dann auch noch etwas, was keine Wirkung hat. Also Leute. Mach das erst mal. Okay. Was die PvP ist? Passiert auch erst dann was, wenn ich dich auch geendet habe als Freund. Vorher passiert nichts. Oh. Was hast du denn? Mach das. Geh drauf. Okay. Was machst du? Willst du wirklich sterben, oder was? Ja, ich werde ja eh sterben. Okay. Tschüss. Einer von beiden wird mich ja hoffentlich töten. Ach, nein, die gehen auf mich. Okay, sie haben keine Lust, nicht zu töten. Sehr interessant. Ich habe mich nicht zu töten. Oh. Ja. Okay. 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 Ich habe auch noch abgangsbund. Oder was? Ja, ich habe mich jetzt nicht. Oh man. Ja, toll. Dafür töten sie mich. Ja, das ist ja super. Ah. Ich habe noch ganz. Oh. Aber. jetzt mal aufhören mich zu töten ehrlich das war ganz schön und effektiv ehrlich ich glaube ich bin aber jetzt gleich wieder tot weil du wieder nur abgangsbund machen tut mir leid nein du bist du mich es tut mir so leid und dann war dies weg vorgekrittet nach jahr halt ab hätte eben auch nicht egal dass einfach keiner mehr ist das mache ich so wie es also zweimal zählt würden gibt ja noch um draufhauen er macht das dagegen wie viele verschiedene arten und stacheln soviel zum thema gerade kommt da ein 100 prozent sicherer win war wohl nicht so ganz richtig ja das tut traurig so sehr es habe ich nur zur qualle server lot ist auch nennen können ich glaube das passt nicht rein was kann zur wabbel dort denn ja das das ist doch das ist doch eine schöne ja ne finde ich auch eingefroren also ich hab weißt du ich hab schon lange nicht mehr gesehen dass irgendwer dass das irgendwer eingefroren wurde auch nein und ich hab's auf arkeos gemacht was verschwunden ist was hast du damit mach doch vielleicht mal das ja okay nur dann aber ich bin so langsam vielleicht haut mich dann andere akkios jetzt erst aus den socken hast du mir das eh wohl gegeben hast du das denn nicht gesehen im stream dennis habe ich doch und noch mal mehr stacheln vergessen dass ich die ja noch auslegen kann oh man jetzt nicht aufs maul schau mal was von feuersturm auf wen oh das geht jetzt auch nicht alle auf meinen meinen stift zu zerbeißen luna ist jetzt mal gut dafür heile ich mich hoch danke zur qualle hättest eigentlich überreste drauf machen müssen ja ne wäre schlauer gewesen das stimmt das ist echt gemein gegen zwei ja irgendwie sehr nervig was hast du dann ich war die wasser das linke konfustra wird kann nicht verschwinden ja das einhaut eh wieder ab oh ne doch hautsch 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 okay vielleicht verlieren wir es doch also aber gegen zwei ja kiosk wir wollen mal auf den zwei kiosk ein bisschen unfair das stimmt wohl ha 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 immerhin schon mal etwas damit können wir schon mal leben anstrengender kampf anstrengend neue regel aktions verboten oder es hat wofund nur vorne und jetzt hängt doch mal ein bisschen naja ich glaube dass sie doch gewonnen haben etwas übertrieben ja das hat mich formuliert nur noch das kriegst du hin gogo zur qualle glaube an dich das ist verwirrt immerhin kein nein noch mal diesmal bern los jetzt verbrennen das ist eine coole attacke die habe ich noch nie gesehen in der generation ja sehr cool aus verbrennen doch jetzt hattest du wieder ja ja schon klar wir haben wirklich bei der kiosk besiegt gekriegt immerhin etwas also wenn wir besser als zwei akkus herrlich was kommt denn jetzt noch bestimmt irgendwas was voll gut gegen das ist ja gerade so einfach hatten wir von ihm schon immer alles sehen machen noch mal die dem wasser du kannst auch erst verwirrt oder vielleicht mal direkt ja es ist halt feuer dann tschüss hoffe ich nein das hat spuk bei was er wusste dass wir sie sterben man nein scheiße ich glaube nicht aber ja schade das war aber auch echt lach lach gesaufen nach mist zur quali new god ja besser als zwei akkus ja 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 okay weil der hat gewonnen herzlichen glückwunsch war doch lustig da war ein ganz langer kampf ein aber war witzig kenne sache dankeschön dass sie dabei wart ja und danke ja und auch euch auf youtube sagen wir jetzt mal tschüss tschüss